Willkommen hier auf der Boatshow in Düsseldorf. Wir sind hier auf der Stufe von Astus Sport und neben mir ist der Head von Astus. Ich introduce Jean-Hubert Pomoy und hier ist das neue Baby, der Astus 20.5 Sport. Das ist eines der schnellsten Multi-Hulls, die auf der Erde gebaut wurde. Es ist nur 20,5 Meter lang, aber es geht bis zu 20 Knoten. Das ist eine riesige Maschine. Jean-Hubert, du möchtest, du kannst in Französisch sprechen, in Englisch sprechen. Alles, was du möchtest. Es ist deine Stage, dein Boot. Hallo, ich bin in der Düsseldorf Boatshow. Und ich bin in der neuen Astus 20.5. Es ist ein neues Design für einen 20-Foot Trimaran. Es ist die zweite Zusammenarbeit mit dem VPLP Design. Es ist ein sehr bekanntes Architekt, der macht den Trimaran racing. Es hat Massiv, Bank Populaire, HEDEC. Und sie haben mit mir gearbeitet, um diese neue Maschine zu entwickeln. Die Spezifizierung des Boats ist 20-Foot, also 6 Meter lang. Und die Höhe ist 4.5 Meter lang. Und wir haben ein sehr guter Design. Es ist von der Form des Hulls. Der Hauptschnitt ist sehr flat. Der Hauptschnitt ist auf der Wasser. Und wir haben eine Flöte, wie Sie sehen können. Mit einer Pursing-Wave. Es ist sehr effizient für die Saison. Diese Boats haben einen sehr guten Willkommen in der Saison. Denn die Leute genießen die Sicherheit des Boats, die schnellste Zeit des Boats, und die Komfort auch in der Kabine. So, über die Astuce 20.5. Wir halten es in der gleichen Sprüge der Astuce-Brand. Das bedeutet, dass wir immer die Bands, die Telescopische Bands, um die Höhe zu reduzieren, die Höhe des Boats. So die Boats ist leicht, um die Höhe zu fahren. Sie können von 2.5 Meter großartig bis 4.5 Meter großartig in weniger als 5 Minuten. Sie können das auf dem Trailer oder in der Wasser. Das ist wirklich die Spezifikation von all diesen Astuce-Brand. Und auch die andere Spezifikation der Astuce-Brand ist der Center-Brand. Der Center-Brand ist ein Rotativer Center-Brand und der Rotativer Dagger-Brand. So, wenn man auf der Wasser geht, wenn man in der Wasser schweig ist, dann kann der Center-Brand sehr schnell Und mit der Astuce 20.5 Wir haben auch ein guter Platz in der Kabine, so man kann sich schlafen. Wenn man ein paar Tage schlafen kann, dann kann man zwei Leute schlafen und man hat viele Platz für die Verkaufung, für die Verkaufung, für die Verkaufung und alles. So, das war ein sehr einfaches Boot, sehr effizienter Boot. Und das Ziel war auch, dass die Verkaufung einen Preis sehr attraktiv. So, der Start-up für dieses Boot mit der Verkaufung und der Jeep ist 25.900 Euro, in die Zahlung. Und mit diesem Preis, man kann man auf der Verkaufung natürlich auch andere Optionen, weil diese Version ist eine Sport-Version, mit einer speziellen Verkaufung, mit einer Verkaufung, mit einer Verkaufung, mit einer Verkaufung, mit einem Genekker und ein paar Equipment für die Sport-Version. Ja, Jean-Rubert, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, für die Vorstellung dieser schöne Boot. Ich hoffe, dass Sie viel Erfolg haben und ich wünsche Ihnen gute Glück hier auf der Exhibition. Vielen Dank. Ich hoffe, dass Sie wiedersehen nächste Jahr wieder. Vielen Dank. Vielen Dank. Bye. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020